Musik Meine Damen und Herren, es geht um Ihr Gehirn. Unser Thema heute sind Erfahrungen in der Kindheit, widrige Erfahrungen, sogenannte Traumata. Man könnte zunächst meinen, dass man hier eigentlich nur erklärend, verstehend, aufdeckend, interpretierend vorgehen könnte. Denn die Zusammenhänge zwischen der frühen Kindheit und dem Leben als Erwachsenen, die sind sehr schwierig, einmal überhaupt herzustellen, aufzudecken und auch zu nutzen. Kann man hier überhaupt wissenschaftlich vorgehen? Gibt es Möglichkeiten, den Effekt von Kindheitserfahrungen von ungünstigen Kindheitserfahrungen, von einem Kindheitstrauma im Gehirn nachzuweisen? Und gibt es Möglichkeiten, auch etwas zu tun? Zum Beispiel sogar vielleicht zu helfen, nämlich denen, die unter einem Trauma später zu leiden haben. Nun, bis vor kurzem waren Kindheitserlebnisse und Kindheitserinnerungen eigentlich ein Tabuthema in der Hirnforschung. Gewiss, klinisch tätige Ärzte haben sich mit dem Thema viel beschäftigt und wussten, dass es da Zusammenhänge gibt. Kein anderer als Sigmund Freud hat vor 100 Jahren sehr viel drüber nachgedacht und sehr viel auch Schlaues drüber geschrieben. Nicht alles, was er an Theorie hatte, war richtig. Aber viele Beobachtungen waren durchaus sehr interessant und für spätere Erfahrungsbildung auch sehr wichtig. Nun, heute gibt es erste Ansätze, Kindheitserfahrungen ungünstiger Art zu verstehen und die Auswirkungen auf die verschiedensten Funktionen nachzuvollziehen. Um hier einen ersten Ansatz zu leisten, ist es wichtig, sich nochmal zu vergegenwärtigen, wie das mit dem Stress war. Dazu habe ich nochmal hier das Schema und man sieht hier nochmal die Stressachse. Also hier wird durch Hormondrüsen verschiedener Art werden Hormone ausgeschüttet, die letztlich darauf hinauslaufen, dass von der Nebenniere Stresshormon ins Blut ausgeschüttet wird und das wiederum wirkt sich negativ auf seine Ausschüttung aus. Das heißt, das Ganze reguliert sich in gewisser Weise selbst. Das heißt, man spricht von negativem Feedback, das heißt, das Ganze funktioniert wie eine Zentralheizung, es muss immer so ein bisschen an sein und wenn es zu stark hochdreht, dann sorgt es schon selber wieder dafür, der Thermostat nämlich, der dann die Heizung abschaltet, dass es wieder weniger wird. Nun sitzt hier oben drüber noch der Hippocampus. Hier ist er schematisch dargestellt und der übt eine dämpfende Wirkung auf dieses ganze System aus. Wir haben allerdings auch schon gehört, dass der Hippocampus durch Stress, nämlich durch vermehrtes Stresshormon im Blut, gefährdet ist. Es sterben nämlich Zellen weg im Hippocampus, wenn zu viel Stress da ist. Das hat eine ganz dumme Konsequenz. Wenn der Hippocampus das ganze Stresssystem dämpft, selber aber kaputt geht, wenn zu viel Stress da ist, dann fällt natürlich, wenn mal Stress da war, dadurch, dass hier ein bisschen was kaputt geht, die Dämpfung geringer aus. Und dann ist die Chance, dass hier Stress entsteht, noch stärker. Dann sind wir hier. Wir haben hier dickere Pfeile, also mehr von diesen Hormonen werden gebildet. Mehr ist hier. Dadurch geht hier mehr kaputt und dadurch fällt die Dämpfung noch kleiner aus. Und dadurch geht hier noch mehr los. Und so geht das immer im Kreis rum. Und wir haben nicht negatives Feedback, sondern positives Feedback. Das ist so nicht wie eine Zentralheizung, sondern wie eine Lawine. Je mehr, desto mehr. Wenn es erst mal einmal klein losgeht, dann wird es immer mehr. Rollt weiter und wird noch mehr. Und noch mehr und noch mehr. Also wie eine Zentralheizung, die umso mehr heizt, je wärmer es schon ist. Positives Feedback. Nun, man könnte das jetzt für eine wissenschaftliche Hypothese halten, für eine interessante Idee oder für etwas, naja, das wenig Konsequenz hat. Dummerweise hat es aber Konsequenzen. Und wir haben erste sehr klare und sehr, ich sag mal, zum Denken anregende Daten aus Tierexperimenten zu ungünstigen Kindheitserfahrungen und zu den Auswirkungen auf Hormone und auf das Gehirn. Wie untersucht man das? Nun, wenn man den Hippocampus bei der Watte untersuchen will, verwendet man bitte mal das nächste Bild, eine experimentelle Anordnung, die im Grunde hier schematisch dargestellt so aussieht. Wir haben hier so eine Art Schwimmbad und in dem Schwimmbad ist Wasser noch mit etwas Milch zum Beispiel so versetzt, dass man durchs Wasser nicht durchschauen kann. Unter der Wasseroberfläche hier hat man eine Plattform und wenn dann eine Ratte, so wenn man die hier rein tut, dann fängt die an und schwimmt, stößt irgendwann mal auf die Plattform und krabbelt drauf, weil sie lieber sich ausruht auf der Plattform, als darum zu schwimmen. Wenn man sie dann wieder in das Wasser rein tut, schwimmt sie schnurstracks auf die Plattform, weil sie sich gemerkt hat, wo die ist. Das kann sie aber nur dann, wenn der Hippocampus gut funktioniert. Denn wir haben schon gelernt, der Hippocampus ist dafür da, dass wir Orte speichern und diese Ortsspeicherung, wenn der Hippocampus nicht mehr so gut funktioniert, klappt die auch nicht mehr so gut und deswegen dauert es länger. Die Ratte muss mehr rumschwimmen, bis sie die Plattform findet. Wenn man nun einfach zehnmal die Ratte rein tut und dann schwimmen lässt, das Ganze von oben filmt und dann gibt es mittlerweile Computersoftware, die automatisch die Ratte nachverfolgt und dann den Weg misst, den sie geschwommen ist, bis sie sozusagen bei der Plattform angekommen ist, dann ist die Menge oder die Wegstrecke, die geschwommen wurde, ein direktes Maß dafür, wie gut der Hippocampus funktioniert. Das ist also ein Test, für die Hippocampus-Funktion. Man sieht das hier, wenn er nicht tut, schwimmt sie irgendwie rum und sucht die Plattform. Wenn er funktioniert, schwimmt sie relativ schnurstracks dahin. Nun kann man also mit diesem Test sehr gut untersuchen, wie gut klappt das Ding. Tut der Hippocampus, ist er funktionstüchtig oder stimmt was nicht? Hat er einen kleinen Knacks oder ist er vielleicht schon richtig kaputt? Nun hat man ein Experiment gemacht, das zunächst mal ganz eigenartig schien. Da muss man wirklich drauf kommen. Man hat es aber gemacht, Gott sei Dank, denn es hat uns sehr viel über frühe Kindheit und ungünstige Erfahrungen einerseits und Hippocampus-Funktion und den ganzen Regelkreis andererseits gezeigt. Was hat man gemacht? Stellen Sie sich vor, Sie sind Tierforscher und Sie haben gerade wieder mal eine Rattenmutter, die hat einen frischen Wurf, viele kleine Kinder und das haben Sie ein paar davon und jetzt machen Sie folgendes, eine ganz, ganz einfache Art des Experiments. Die einen Ratten, die lassen Sie einfach so, wie Sie sind. Da machen Sie gar nichts und dann wachsen die ganz normal heran. Bei den anderen machen Sie auch was ganz Einfaches. Einmal am Tag nehmen Sie das Jungtier heraus und handeln es so ein bisschen und setzen es wieder in den Käfig. Das hat dann für die Mutter zur Folge, dass die Mutter sagt, ach, um das Kleine muss ich mich jetzt besonders kümmern, das riecht ein bisschen anders und eben habe ich es nicht gehabt und deswegen kümmert sich die Mutter ganz, ganz, ganz heftig um dieses kleine Wattenkind. Und jetzt machen Sie das jeden Tag bei der einen Gruppe, dass Sie immer die kleinen Ratten rausnehmen, ein bisschen streicheln und ein bisschen rummachen und dann wieder reinsetzen. Das führt dann dazu, dass die Mutter eben auch sich ganz heftig um die kleine Ratte kümmert und das finden die kleinen Ratten eben bei ganz wunderbar und deswegen haben die kleinen Ratten, wenn in dieser Gruppe, die so gehandelt werden von Ihnen und dann ganz besonders beleckt von der Rattenmutter, deswegen haben die in dieser Phase des Experiments weniger Stress. Die anderen haben mehr Stress. Sie machen das in den ersten drei Lebenswochen. Das ist die Stillzeit bei den Ratten. Das heißt wirklich ganz früh sorgen Sie dafür, dass die eine Gruppe, nämlich die, die Sie da rausnehmen und wo die Rattenmutter sich kümmert, dass die ein bisschen weniger Stress haben, weil das ist ja alles so wunderbar, als die anderen, die halt ein bisschen mehr Stress hatten, weil sich da die Mutter manchmal nicht so gut gekümmert hat. Hatte ja auch keinen großen Grund dazu, ging halt alles irgendwie ganz normal. Jetzt haben Sie also zwei Gruppen. Und der einzige Unterschied, nochmal, das ist ganz wichtig, ist die Behandlung in den ersten drei Lebenswochen, im Wesentlichen durch die Mutter, die bei den einen dazu geführt hat, dass ein bisschen weniger Stress war und bei den anderen dazu geführt hat, dass ein bisschen mehr Stress war. Jetzt machen Sie eine Weile gar nichts. Ratten werden so, die sind mit einem halben Jahr, sind die so halbwüchsig, mit einem Jahr sind die erwachsen, mit zwei Jahren sind die im Rentenalter. Und was Sie jetzt machen, ist den Test, den ich Ihnen eben beschrieben habe, den machen Sie jetzt mit den Tierchen. Das heißt, Sie machen einen Test, wie gut funktioniert der Hippocampus bei den halbwüchsigen Ratten, den Erwachsenenratten und den Rentnerratten aus den beiden Gruppen. Die einen hat ein bisschen mehr Stress, die anderen ein bisschen weniger. Was kommt raus? Im nächsten Diagramm sehen wir die Ergebnisse. Das hier ist die geschwommene Strecke in Metern, in diesem Schwimmbad. Das heißt, hier sieht man, wie gut oder wie schlecht der Hippocampus funktioniert. Je länger die schwimmen, desto weniger haben sie sich merken können, wo die Plattform ist, desto weniger gut hat der Hippocampus funktioniert. Hier sieht man das Alter der Tiere in Monaten, also nochmal die jungen Ratten, die erwachsenen Ratten und die Ratten im Rentenalter. Die Kurve hier zeigt an, wie gut die Tierchen sind, die als kleine Säuglinge, und das ist der Witz hier, das, was man mit den Ratten gemacht hat, fand hier statt. Nicht hier oder die ganze Zeit lang. Hier war alles gleich. Hier fand was statt. Nämlich die einen hatten ein bisschen mehr Stress und die anderen ein bisschen weniger. Und die, die ein bisschen weniger Stress hatten, in der frühesten Kindheit, die ersten drei Lebenswochen, bei denen läuft die Kurve so. Das heißt, die schwimmen schnurstracks zur Plattform, wenn sie jung sind, wenn sie erwachsen sind und wenn sie älter sind. Bei denen, die hier ein bisschen mehr Stress hatten, das war ja auch gar nicht so viel, die hatten ein bisschen mehr Stress, wenn sie wurden in der Kindheit ein bisschen weniger von der Mutter, ich sag mal, betüttelt. Was ist los? Nun, als Heranwachsende kein Unterschied zu denen. Auch als Erwachsene, das ist nicht statistisch signifikant, kein Unterschied. Aber als ältere Tiere mit 24 Monaten ein deutlicher, das Sternchen soll anzeigen, signifikanter Unterschied in der Funktion des Hippocampus, die brauchen länger, die finden das Ziel nicht mehr so gut, sind also, man kann sagen, kognitiv schlechter dran, als die Kollegen, die in der frühesten Kindheit ein bisschen weniger Stress hatten. Das ist weltweit die erste Untersuchung gewesen, in der man hat ganz klar experimentell, die Forscher mussten ja auch zwei Jahre warten, im Grunde genommen, bis sie ihre Resultate haben konnten, wo man experimentell hat zeigen können, was es heißt, ein frühes Kindheitstrauma zu haben. Das kann man ja nur dann verstehen, wenn klar ist, dass das frühe Trauma Effekte ganz spät hat. Hier geht es nicht darum, dass sich die Ratte im Rentenalter an ihre schwierige Kindheit erinnert oder irgendwas in der Art. Hier geht es darum, dass ein frühes Kindheitstrauma einen Mechanismus in Gang setzt. Denken Sie an dieses Stress-Schema. Da geht durch den Stress ein bisschen was kaputt. Das macht ein bisschen weniger Dämpfung. Und das wiederum macht ein bisschen mehr Stress. Kaum nachweisbar. Wenn Sie aber ganz viele Tiere oder auch Menschen nehmen und Blut abnehmen und dann Stresshormonspiegel und Hippocampus-Funktionen untersuchen, finden Sie tatsächlich, je mehr Stresshormon, desto kaputter ist der Hippocampus und desto schlechter funktioniert er. Aber da müssen Sie ganz viele untersuchen. Aber Sie sehen hier, dass durch diesen Mechanismus, also da geht sozusagen eine Lawine los in der frühen Kindheit und läuft und läuft und läuft und läuft. Und im Rentenalter hat sie einen Effekt. Nämlich dann hat sich die dauernde, etwas geringere Dämpfung, die zu etwas mehr Neuronensterben geführt hat, langfristig ausgewirkt. Der Hippocampus ist jetzt wirklich kleiner, wirklich mehr kaputt und es gibt richtige Probleme im Zurechtfinden, zum Beispiel in so einem, man nennt es Wasserirrgarten. Wir haben also erste Modelle, was es heißt, dass ein Kindheitstrauma stattgefunden hat. Das heißt nämlich, dass hier, man spricht von hormonellen Narben gesetzt wurden, die langfristige, ganz langfristige Auswirkungen haben können und deren Effekt überhaupt erst im späten Erwachsenenalter auftreten kann. Nun braucht man nicht viel Fantasie, um sich zu überlegen, was das für uns Menschen heißen könnte. Die Frage ist, heißt das was für uns Menschen? Heißt das, dass wir nett sein sollen zu unseren Babys, damit sie sich später mal auch ohne GPS-System mit dem Auto in der fremden Stadt zurechtfinden? Nun, was es heißt, werden wir sehen. Untertitelung des ZDF,